In einem Raum ist in die teils holzgetäfelten Wände ein großer Monitor eingelassen. Darauf steht Arbeitssituationsanalyse in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die Wände ziert ein gelber Streifen mit der grauroten Aufschrift BGW Forum 2021 sowie das dunkelblau-schwarze Logo der BGW, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Neben einem Moderationstresen stehen zwei zusammengeschobene Präsentationswände. Auf der vorderen ist ein Schaubild zur Arbeitsumgebung angebracht. Am Tresen sitzen Matthias Wilhelm, Mitarbeiter der BGW, und Andreas Kummer, Dozent und Trainer für die BGW. Vor Herrn Kummer liegen Stifte und Karten auf dem Tresen. Matthias Wilhelm hat dunkelblondes Haar, einen graumellierten, gestutzten Bart und eine Brille auf. Über einem hellen Hemd trägt er ein dunkles Jackett. Andreas Kummer hat kurzes, braunes Haar und eine Brille. Über einem hellblauen Hemd trägt er ein schwarzes Jackett. Hallo und herzlich willkommen bei unserer Web-Session Arbeitssituationsanalyse in Werkstätten für Menschen mit Behinderung in leichter Sprache. Schön, dass Sie dabei sind. Andreas, sag doch mal, wir waren ja vor Corona in einer Einrichtung in Niedersachsen und da haben wir ja diesen Ansatz, den wir hier heute auch vorstellen, schon umgesetzt. Was ist denn dein Eindruck? Wie ist das denn da gewesen? Ja, das war wirklich total spannend. Wir waren ja in Braunschweig dort und wir haben ja mit zwölf Einrichtungen gemeinsam zusammengearbeitet. Vorher gab es einen Vorlauf. Also wir haben gemeinsam geguckt, wie dieses Konzept der Arbeitssituationsanalyse in einfacher Sprache dann tatsächlich für die beschäftigten Mitarbeitenden dort auch mit umgesetzt werden können und da haben wir uns darauf vorbereitet. Also wir hatten eigentlich eine regionale Arbeitsgruppe dort mit verschiedenen Werkstätten und die haben sich dann entschieden in ihren Werkstattrunden und haben gesagt, also wir wollen das eigentlich auch selbstständig umsetzen. Also wir wollen die Behindertenbeschäftigten dann dort eben in diesen ganzen Prozess auch mit einbinden. Und du warst ja auch mit dabei. Was hattest du für einen Eindruck gehabt so in dieser Zeit, wo wir da in Braunschweig waren? Ich hatte den Eindruck, dass die in der Einrichtung alle wahnsinnig engagiert waren, dass da eine große Lust, eine Aufbruchstimmung war, dass die Leitung sehr dahinter war, das mitzumachen und auch, dass der Werkstattrat sich sehr aktiv beteiligt hat. Das ist mir sehr aufgefallen und es hat wirklich einen großen Spaß gemacht, dort das Projekt zu machen. Ja und das war eigentlich wirklich toll. Also die haben sich ja alle getroffen in dieser Zeit. Also dort, wo die mit dem Gedanken dort hingekommen sind, also wir wollen das selbstständig umsetzen. Also wir werden ja heute auch darüber sprechen, was das für ein Konzept auch ist und wie das auch mit erfolgen soll. Aber es war wirklich toll. Es waren unterschiedliche Zielgruppen dabei. Die Werkstattleitung, die Gruppenleitung, die Werkstatträte waren ja dort mit dabei und haben sich wirklich engagiert. Zwei Tage damit beschäftigt, wie sie dieses Thema dann selbstständig in ihren Werkstätten für die Beschäftigten dort auch mit umsetzen können. Herr Wilhelm schaut auf seinen Laptop. Andreas, sagst du noch zwei Sätze dazu, wie das Projekt aufgebaut war? Du hast da eine Folie, da sehe ich das. Sagst du da noch zwei Sätze? Ja, also gerne. Also es waren, wie gesagt, zwölf Werkstätten, also die als Einrichtung vorher schon in ihrer einzelnen Werkstatt, also mit tatsächlich unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, ob jetzt in der Montage, in der Fahrzeugpflege, wo die dort auch mit dabei war, oder in der Wäscherei dort auch mit aktiv geworden sind und diese Arbeitssituationsanalyse in leichter Sprache erstmal für ihre Beschäftigten dort in diesen einzelnen Bereichen selbst ausprobiert haben und dann haben die das in diese regionale Arbeitsgruppe der Werkstätten mit eingebracht und dann hat sich die regionale Arbeitsgruppe entschieden, wir wollen gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft, mit der BGW dort eine Schulung machen, wo wir dann selbstständig dort auf den Weg gebracht werden, diese Arbeitssituationsanalyse für die behinderten Beschäftigten dann auch mit umzusetzen. Und diese Personen, die dann in der Weiterbildung auch mit dabei waren, also die waren wirklich sehr engagiert, das dann auch in ihren Werkstätten dann auch zu platzieren. Also so ist das eigentlich entstanden. Andreas, bevor wir gleich starten, sagst du noch zwei Sätze zu dir, zu dir als Person. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ja, genau. Also wir wollten so einsteigen, dass wir wirklich nochmal diese Erinnerung auch wachhalten. Noch mal kurz zu mir, also Andreas Kummer ist mein Name und ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren für die Berufsgenossenschaft, für die BGW dort aktiv. Ich bin selbstständig und bin in unterschiedlichen Einrichtungen unterwegs. Also man muss sich meine Arbeit eigentlich so vorstellen, dass ich mal in der Werkstatt bin, mal in einem Krankenhaus, in einer alten Pflegeeinrichtung, auch mal in der Kita oder auch in der Wohnstätte in dem Rahmen und dann moderiere ich solche Prozesse. Ich bin als Dozent aktiv für die Berufsgenossenschaft und das macht mir seit 20 Jahren wirklich Spaß, weil es geht um das Thema Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit. Also das dort natürlich auch für alle diejenigen, die dort vorankommen wollen, die auch mit zu unterstützen. Wie ist das bei dir, Matthias? Also was machst du so die letzten Jahre und was hat dich gerade zu diesem Thema auch mitgebracht, sich um Arbeitsschutz und Gesundheit auch zu kümmern? Ich kürze das, glaube ich, ein bisschen ab. Ich bin seit 17 Jahren bei der BGW, bin dort Referent für Produktentwicklung und genau so ein Thema wie das hier ist etwas, was wir dann in der Produktentwicklung konzipieren und mit verschiedenen Akteuren dann gemeinsam ausgestalten, mit den Betrieben, mit Beratung und auch mit anderen Akteuren der BGW. Bevor wir jetzt einsteigen, machen wir nochmal so einen ganz kleinen Technik-Chat, wenn du mal eine Seite weitermachst. Für Sie da draußen am Bildschirm, wenn Sie den Bildschirm so sehen, wie Sie es jetzt gerade auf unseren Folien sehen, dann sehen Sie unten nicht dieses Fragefeld, da über dieses Fragefeld können Sie uns Fragen reinnehmen. Dann müssten Sie unten dieses kleine Rechteck in der Ecke klein machen, da draufklicken, der Bildschirm verkleinert sich und dann können Sie eine Frage stellen. Mach mal bitte eine Folie weiter, da sieht man das dann, dann haben Sie den Bildschirm so in der Form geht es dann, dass Sie Fragen eingeben und dann landen die bei uns und dann können wir die mit aufnehmen. Und danach stellen Sie es wieder über dieses Rechteck groß und dann haben Sie wieder den Vollbildschirm. Herr Kummer, neben dem Tresen? Ja, Matthias, das ist natürlich zur technischen Einweisung nochmal, weil unsere Idee ist ja jetzt, also wir wollen ja die nächsten anderthalb Stunden, eine Stunde 40, haben auch eine Pause dann mit eingeplant, so nach einer Stunde in dem Rahmen, aber wollen schon den Weg auch gehen, also das mit Ihnen gemeinsam zu machen. Also wir wollen da mit Ihnen gemeinsam jetzt in die sogenannte Simulation dieser Arbeitssituationsanalyse in leichter Sprache auch mit einsteigen und damit wir dort gut reinkommen, Sie waren ja jetzt vielleicht schon in unterschiedlichen Workshops auch gestern und auch vielleicht heute Morgen schon auch mit aktiv und wir wollen das gleich mal mit nutzen. Also es wird gleich den ersten Impuls geben, es soll so eine Einstimmungsfrage geben, dass wir mit Ihnen auch erst mal in Kontakt kommen, ja in Kontakt kommen, sodass wir dann auch die Frage und die Tools dort auch mit nutzen. Und es wird auch immer wieder Phasen geben, wo wir neben den einzelnen Inhalten Ihnen dann natürlich auch diese Chat-Funktion, also mit nahe legen, damit wir mit Ihnen hier in Kontakt kommen, ja. Also es ist ja ein Workshop-Charakter, nochmal herausfordernd jetzt in diesen Zeiten, wo man eher vor der Kamera auch mit steht, aber das wollen wir auch mit nutzen. Und da ist auch schon die erste Frage, ja, wir wollen das einfach mal dort mal ausprobieren mit Ihnen, sodass wir die jetzt auch mit nutzen. Also was würden Sie jetzt tun, wenn Sie nicht hier im Workshop mit dabei wären? Das ist so die Frage, was würde ich jetzt tun, wenn ich nicht hier im Workshop dabei wäre? Da gibt es die Antwortkategorien, entweder zu Hause sein oder im Urlaub sein oder am Arbeitsplatz sein oder sonst irgendwas, was dort auch mit dabei ist. Ja, also wir haben die Fragen mit reingestellt und wir haben immer so eine leichte Verzögerung mit drin in dem Rahmen, aber es gibt schon die ersten Ergebnisse. Gucken wir doch mal mit drauf. Ja, die Umfrage ist abgeschlossen und wir haben 100 Prozent, wenn Sie nicht hier wären, dann wären Sie am Arbeitsplatz. Also alle sind am Arbeitsplatz und haben sich da zugeschaltet, dort wahrscheinlich auch. Also das war so ein bisschen die Einstimmungsfrage und wir wollen von Ihnen jetzt gleich in der zweiten Frage wissen. Dort, also da bedienen Sie auch wieder bitte jetzt das Antwort-Tool, in welchem Bereich der Behindertenhilfe bin ich tätig? Bin ich da eher in einer Werkstatt für behinderte Menschen, in einer integrativen Einrichtung oder Förderschule, in einem Förderzentrum oder in einer Wohn- und Betreuungseinrichtung, in einer Beratungsstelle oder Frühförderung oder im Weiteren. Wenn Sie jetzt vielleicht sich auch als Fachkraft für Arbeitssicherheit oder auch als Betriebsärztin dort auch Betriebsarzt mit zugeschaltet haben oder aus einer anderen Einrichtung kommen, wollen wir das hier mit nutzen, um mal so ein Bild auch aus der Teilnehmersicht zu bekommen. Wer ist eigentlich hier heute auch mit dabei bei unserem Thema? Also bitte Frage-Tool nutzen. Gibt es schon die ersten Ergebnisse, Matthias? Es läuft noch. Es gibt schon Antworten, aber es ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir warten noch einen kleinen Moment und dann kann ich dir das Ergebnis sagen. Ja, also die Idee von unserem, ja wir gucken da nochmal, also wenn Sie nochmal das Antwort-Tool jetzt auch benutzen. Also die Idee für unseren Workshop wird sein, Sie sehen das jetzt hier schon, hier sind auch einzelne Materialien an den PIN-Wänden schon vorbereitet. Dieser Workshop, den wir mit Ihnen gestalten wollen und auch simulieren wollen, der hat dann eben auch Phasen, dann gleich, wo wir kurze Impulse geben und nach diesen kurzen Impulsen geben wir aber immer wieder die Möglichkeit, dann, dass Sie dort auch mit uns ins Gespräch kommen über den Chat. Also den können Sie immer bedienen. Matthias wird hier den Chat sich auch angucken, welche Fragen da mit reinkommen, sodass wir mit Ihnen das interaktiv bearbeiten. Matthias, wie sind denn die Antworten bei Frage 2? Also rein ein Drittel der Teilnehmenden sind aus den Werkstätten, aus den integrativen Einrichtungen ist niemand dabei, aus Wohn- und Betreuungseinrichtungen haben wir ungefähr 10% und aus den anderen Gruppen, also weitere Einrichtungen oder übergreifend, möglicherweise die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, da haben wir dort deutliche Mehrheit mit über 50%. Ah ja, über 50%, also da können wir dort nochmal gucken, also gerade was dann die WFBM und dort auch die Wohn- und Betreuungseinrichtungen betrifft, wie wir dann damit umgehen können. Ja, also das waren so die ersten beiden Fragen, die wir einfach stellen wollten, um auch nochmal so in das System auch mit reinzukommen und hier jetzt nochmal den Überblick. Wie wollen wir mit Ihnen arbeiten und was erwartet Sie eigentlich heute zu unserem Thema der Arbeitssituationsanalyse in leichter Sprache? Die organisatorischen Dinge haben wir mit Ihnen auch jetzt mit dieser Einstimmungsfrage auch schon geklärt und jetzt wird der erste Impuls kommen. Ja, vielleicht hat der eine oder die andere hier aus der Runde bei Ihnen dann auch sich schon mal mit diesem Konzept beschäftigt, aber da wollen wir natürlich jetzt alle auf einen Stand bringen. Konzept und den Rahmen, also wie kann das funktionieren, ist ja ein Workshop-basiertes Verfahren dort dieser Arbeitssituationsanalyse. Und wir wollen dann drauf gucken, also welche Fragen werden denn den Beschäftigten dann auch gestellt, wie ist die Methodik dazu? und auch welche Handlungsfelder der Arbeitssituationsanalyse gibt es, die dann auch beleuchtet werden in der Arbeitssituation. Was ist auch für die Vorbereitung wichtig? Das wollen wir Ihnen dann alles hier auch erst mal mit darstellen, dass Sie das auch miterleben. Und dann wird es einen zweiten Teil geben. Also wir wollen diesen zweiten Teil hier mit nutzen, neben den Sachen, dass wir natürlich auch über die Materialien sprechen. Also Sie brauchen dann für die Umsetzung dann bestimmte Materialien, die auch eine Rolle spielen. Und dann wollen wir das mal simulieren, also nur in Teilen. Also die Zeit werden wir heute natürlich nicht in den einer Stunde 40 da auch mithaben, aber wollen das mit Ihnen dann gemeinsam simulieren. Wir wollen Ihnen zeigen, die Werkstätten, die das schon ausprobiert haben, die das schon umgesetzt haben, aus dem Gedanken, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung auch zu erfassen. Ja, in dem Rahmen wollen wir dann dieses Schulungskonzept Ihnen am Ende noch vorstellen. Wie erfolgt das? Wie wird Sie die BGW auch dabei unterstützen? Wie können Sie das arrangieren? Wir hatten vorhin ja schon mal so ein Beispiel gehabt. Es gibt ja so regionale Arbeitskreise, zum Beispiel auch mit den Werkstätten. Dort könnte man das zum Beispiel dann auch mit reinbringen. Das ist unser Ablauf und da sind wir jetzt schon wieder gefordert, weil der Gedanke ist ja mit der Frage 3, also wieder mit Ihnen gemeinsam drauf zu gucken, die Antworten dann auch mit zu platzieren. Es geht ja um das Thema der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung für die Beschäftigten. Also das ist das Thema in leichter Sprache, soll das dann auch mit erfolgen. Und hier gibt es wieder so eine Einpunktabfrage, nenne ich die mal. Also Sie können wieder ein Kreuz, ein Punkt dann auch mitsetzen. Die Frage dazu wäre eben, habe ich das schon umgesetzt bei uns im Betrieb, in der Einrichtung oder in der Werkstatt? Oder bin ich da in Planung? Habe ich geplant? Nehme ich mir vor? Ja, also eher so eine Perspektive zu sehen. Oder mache ich gar nicht? Also das interessiert uns vielleicht dort noch nicht aus bestimmten Gründen. Oder damit habe ich nichts zu tun. Ja, also vielleicht liegt es gar nicht in Ihrem Aufgabenfeld, was wir dort auch mit dabei haben. Ja, also bitte wieder Punkte setzen, dass wir mal so ein erstes Bild auch mitbekommen, ob Sie vielleicht gerade das Thema der Gefährdungsbeurteilung auch schon erfasst haben. Und da kommen auch schon die ersten Antworten. Wie sieht es denn aus? Andreas, es ist so, dass die Gefährdungsbeurteilungen geplant haben ungefähr ein Drittel. Umgesetzt habe ich null. Und nehme ich mir vor, immerhin 50 Prozent, die sich das vorgenommen haben. Und dann noch ungefähr 17 Prozent, die damit gar nichts zu tun haben. Das ist soweit. Ah ja, genau. Also da sind wir dann, glaube ich, gut dabei, also nochmal über das Konzept zu sprechen, über die Hintergründe nochmal, also wenn wir uns mit dem Thema auch beschäftigen. Ja, also immer wieder, wenn ich in den Seminaren unterwegs bin, der BGW, und dort natürlich auch Nachfrage, also wenn man über das Thema der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung auch mit spricht. Ja, also da ist es so ähnlich, wie Sie das auch mit haben. Also ein Großteil hat ja die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung durchaus schon in Planung oder auch in der Umsetzung in den Unternehmen. Und für die behinderten Beschäftigten sucht man natürlich immer nach Dingen, also wie kann man das methodisch dann auch umsetzen, also so, dass es auch wirklich eine gute Beteiligung auch mitgibt. Und wenn wir so aus dem Gedanken der Gefährdungsbeurteilung auch mit den Weg bereiten wollen und über die psychischen Belastungen auch mitsprechen wollen, ja, dann haben wir hier, wenn wir unser Bild jetzt hier sehen, auf der einen Seite einmal die Belastungen, die sind erstmal alle da. Man könnte auch eher übersetzen bei den Belastungen dort in dem Rahmen. Das sind die Anforderungen an die Arbeit, an die Arbeitstätigkeit, die wir dort auch dabei haben, weil dieses Wort an sich Belastung, da steckt ja schon diese Last drin, eher so ein negativer Aspekt, der mit dabei ist. Aber eigentlich ist das recht objektiv und neutral auch mit gemeint, weil es sind erstmal alle Einflüsse, alle Einflüsse, die von außen auf uns einwirken oder auch auf die behinderten Beschäftigten dann natürlich auch mit einwirken, die da eine Rolle spielen. Und diese Einflüsse, die können eben aus unterschiedlichen Handlungsfeldern heraus auch mit entstehen. Das werden Sie nachher auch sehen. Also wenn man in diesem Workshop-basierten Verfahren mit den behinderten Beschäftigten auch mit arbeitet, ja, diese Einflüsse, die von außen kommen und eigentlich erstmal auf uns dann auch mit einwirken. Das sehen wir auf der linken Seite. Das können Einflüsse sein, die einmal aus der Arbeitsaufgabe, aus dem Arbeitsinhalt oder der eigentlichen Arbeitstätigkeit, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Montagearbeitsplatz auch mit habe in dem Rahmen oder wenn ich in der Wäscherei arbeite oder auch dort in der Küche arbeite, also die eigentliche Arbeitsaufgabe, die dort mit dabei steht, der Arbeitsinhalt, wie sieht das dort aus? Also bin ich da genügend qualifiziert dafür? Bin ich gut eingewiesen, bin ich überfordert, bin ich unterfordert mit meiner eigentlichen Arbeitsaufgabe, mit meinem Arbeitsinhalt? Ja, dann gibt es Dinge natürlich auch, die vielleicht aus der Arbeitsorganisation entstehen können, ja, so in dem Rahmen, also so die Arbeitszeit, die eine Rolle spielt, die Pausengestaltung, die dann vielleicht auch eine Rolle spielt in dem Rahmen, ja, oder wie ist das von den Arbeitsabläufen, wie die funktionieren, die man dort mit nutzen kann oder auch in der Arbeitseinteilung, was dort für Elemente auch mit dabei sind. Das sind so Themen, die aus der Arbeitsorganisation auch mit stehen können. Ja, ganz unten steht die Arbeitsumgebung oder auch die möglichen Arbeitsmittel, wie ist die räumliche Situation, Lärm, Licht, Luft, so in dem Rahmen, was da mit dabei ist. Aber auch zum Beispiel, wenn man an die Werkstatt jetzt mal denkt, wie ist das denn mit den Sozialräumen auch, die man mit nutzen kann, bis hin, wie läuft jetzt vielleicht auch der Aspekt, die Anfahrt und die Abfahrt wieder von der Werkstatt, die man dort auch mit erleben kann. Und in der Mitte stehen nochmal die sozialen Beziehungen, also die natürlich im Unternehmen, in der Werkstatt eine Rolle spielen. Also wie ist das dann in der Zusammenarbeit untereinander, ja, zwischen den Beschäftigten oder natürlich auch vielleicht mit der Gruppenleitung, mit der Werkstattleitung, dort mit dem sozialen Dienst. Und wie sieht es denn aus mit dort den sozialen Beziehungen hin zu meinen Führungskräften oder zu meinen Vorgesetzten. Ja, in dem Blick, also dort zu gucken, kriege ich da klare Arbeitsaufgaben, wie ist so die Gerechtigkeit dann auch der Arbeitsverteilung mit dabei, die man mit nutzen kann. Ja, und wie ist das so mit dem Thema Wertschätzung, was wir da mit dabei haben. Das sind diese Themenfelder, die Elemente, die wir damit dabei haben. Und das eine sind die Belastungen, also die wir mit dieser Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung erfassen wollen. Wir wollen die gemeinsam bewerten, auch mit den Meinungen, mit den Empfindungen der Beschäftigten in dem Rahmen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch natürlich immer wieder Dinge, das sehen Sie auf der rechten Seite. Dort nochmal auch nach diesen sogenannten Themenfeldern oder Handlungsfeldern gibt es natürlich auch Ressourcen, die wir dort auch mit dabei haben. Ja, also überall gibt es Ressourcen. Also es gibt immer in jedem Betrieb was, wo man fragen kann, also was läuft denn eigentlich gut, was funktioniert denn gut. Und wenn wir jetzt hier nochmal auf unsere Waage dort auch mit gucken, zwischen diesen Belastungen und Ressourcen, also wenn genügend Ressourcen sowohl vom Betrieb als auch bei dem Einzelnen oder der Einzelnen auch mit da ist, dann komme ich vielleicht mit den Belastungen dort auch ganz gut klar. Ja, und die Idee und das Ziel der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist dabei, dann natürlich auch diese Themen zu erfassen, dann zu analysieren und gemeinsam mit den Beschäftigten und dann natürlich mit der Werkstattleitung, den Gruppenleitung, dem Sozialen Dienst und dem Werkstattrat natürlich dann zu prüfen, was können wir hier für die Weiterentwicklung auch noch verändern und was ist vielleicht auch nicht veränderbar. Also das wäre nochmal die Idee, die dort dahinter steht. Abgeleitet ist das ja alles aus dem Arbeitsschutzgesetz, ja aus dem Arbeitsschutzgesetz Paragraf 5, da steht das drinnen. Also eigentlich müssen wir das schon seit 1996 auch mit umsetzen in dem Rahmen. Es gab nochmal eine Novellierung im Arbeitsschutzgesetz, wo explizit nochmal darauf hingewiesen wurde, 2013 auch nochmal die psychischen Belastungen auch mit zu erfassen, zu analysieren, zu bewerten und geeignete Maßnahmen dann auch mit abzuleiten. Und da setzt jetzt unsere Arbeitssituationsanalyse für die Werkstätten an und das ist eine Methode, um diese konkreten Belastungen in einem abgegrenzten Arbeitsbereich zu erkennen. Ich habe vorhin schon so ein paar Beispiele auch mitgenannt, wenn man jetzt an Montagearbeitsplätze denkt, wenn man an die Küche auch mitdenkt, wenn man vielleicht gibt es Werkstätten, die auch eine Fahrzeugpflege dort auch mit haben oder an eine Wäscherei auch mitdenkt, wenn man an den Garten- und Landschaftsbau mitdenkt, also für einen abgegrenzten Arbeitsbereich das auch mit zu nutzen. Und das Ziel dabei ist, ist also diese Maßnahmen gemeinsam mit den behinderten Beschäftigten zu entwickeln und dann mit den Beteiligten, Gruppenleitungen, Abteilungsleitungen, Werkstattrat, braucht man damit dazu, dann natürlich auch zu erfassen, um sie dann in geeignete Maßnahmen dort auch umzusetzen. Und das ist die Idee dieser Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung in moderierter Form. Wo liegt der Nutzen? Also wenn wir da drauf gucken, wir hatten ja vorhin gesagt, es gab von der BGW so eine Pilotphase, die schon vor mehreren Jahren auch mit angefangen hat, das in leichter Sprache dann auch mit umzusetzen. Ich war dann persönlich selbst in verschiedenen Werkstätten unterwegs und habe in verschiedenen Arbeitsbereichen diese Arbeitssituationsanalyse dann natürlich erst mal selbst auch mit getestet. Mit funktionieren die Fragen, kann man das gut in die Umsetzung mitbringen und daraus ist dann eigentlich auch das Konzept auch mit entstanden, neben dem eigentlichen Workshop-basierenden Verfahren, das dann auch, das haben Sie vorhin im Ablauf gesehen, das dann auch in einer Multiplikatoren-Schulung umzusetzen, so dass Sie selbstständig in die Lage versetzt werden, das in Ihrer Werkstatt und in Ihrer Einrichtung umzusetzen. Und das sehen wir hier auch nochmal so in den Nutzenaspekten. Also ich habe da immer erlebt, als die behinderten Beschäftigten da wirklich aktiv dort auch mitmachen, da mit dabei sind, dass sie Lösungsideen mitentwickeln, dass es in einen Austausch kommt mit Gruppenleitung, mit Sozialem Dienst, mit Beteiligung des Werkstattrates, das mit zu erfassen, um die, gerade die Menschen mit Behinderung, nicht nur für das Thema des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu sensibilisieren, denke ich, da sind Sie gut dabei schon in dem Blick, wenn man da nochmal drauf guckt, sondern Sie eben dort nochmal aktiv mitzubeteiligen und dort dann auch in die Auseinandersetzung dazu zu kommen. Ja, das wäre die Idee, die dahinter steckt. Wie können wir uns das jetzt praktisch vorstellen? Also wir wollen Ihnen so in den nächsten Schritten das dann auch nochmal praktisch auch mit vorstellen. und im ersten Blick soll dort auch nochmal mitstehen, dass diese Arbeitssituationsanalyse auch natürlich das Qualitätsmanagement mit unterstützen kann in dem Rahmen. Und es besteht aus zwei Workshops mit je drei Stunden Dauer. Also die Zeit braucht man dort in dem Rahmen auch mit einer genügenden Vorbereitung und auch Pausen, die dort mit dabei sind. Es gibt einen vorgegebenen Ablauf, der ist beschrieben. Es gibt Materialien, das läuft natürlich alles innerhalb. An dieser Stelle fällt der Ton aus. Die Folie zur Arbeitssituationsanalyse in Werkstätten für behinderte Menschen ist weiter im Bild. Die weiteren Punkte auf der Folie sind Die Workshops finden innerhalb der Arbeitszeit statt und sind für ca. 6 bis 14 Teilnehmende eines Bereichs konzipiert. Eine neue Folie zum Vorgehen mit den Inhalten zu zwei Workshops Einzelnen Workshop-Verfahren auch mitguckt. Ja, also der Kern, so müssen wir uns das vorstellen, es gibt eine Vorbereitungsphase. Ja, also wo man sich natürlich mit dort der Werkstattleitung, den Abteilungsleitung, Gruppenleitung, den sozialen Dienst investiert und dann natürlich auch mit dem Werkstattrat dann auch mit hinsetzt und überlegt, in welchen Arbeitsbereichen wollen wir das zum Beispiel mit umsetzen. Wo wird das geeignet? Und dann laufen die einzelnen Workshops. Wir zeigen nachher nochmal, was Sie in der Vorbereitung dort auch nochmal beachten müssen. Aber es gibt eigentlich wie eine Gruppe, das kann natürlich auch im Arbeitsschutzausschuss dort auch nochmal mit besprochen werden. Dafür ist er ja auch mit da. Aber der Kern sind eigentlich diese beiden Workshops. Und die Workshops werden begleitet durch Moderation. Und die, die dort moderieren, diese beiden Workshops, also die zweimal drei Stunden, die sind dann eben über diese Multiplikatoren-Schulung dann auch mit ausgebildet, mit weitergebildet, sodass die dort sicher durch diese beiden Workshops auch mit den Materialien, mit den Verfahren, stellen wir Ihnen nachher noch vor, dort auch diese mit angehen können. Ja, und im ersten Workshop ist es so, nach einer Einstimmung, es gibt natürlich auch ein Informationsschreiben vorher, es gibt Plakate, die man dann in der Werkstatt auch mit nutzen kann. Das ist im Wesentlichen alles schon vorbereitet. Und die Beschäftigten sprechen dann eben über ihre Belastung, über ihre Zufriedenheit, auch über ihre Ressourcen. Und wir suchen dann gemeinsam nach Veränderungsbedarfen, die man mit nutzen kann. Diese Belastung nach diesen Handlungsfeldern, die Sie vorhin gesehen haben, die werden dann eben dort auch dann mit bewertet. Das zeigt man Ihnen nachher. Und im zweiten Workshop, da wird ein Protokoll davon gemacht, das bereitet dann der Moderator nach den Workshops auch mit nach. Ja, und da wird dann im zweiten Workshop wieder dieselbe Gruppe, also wir treffen wieder die Beschäftigten, die Gruppenleitungen werden eingeladen, wenn es eine Abteilungsleitung gibt, die Abteilungsleitung gegebenenfalls auch, je nach Themenlage, auch die Werkstattleitung, soziale Betreuung und der Werkstattrat ist auch mit dabei. Und dort geht es um das Aushandeln jetzt von diesen Verbesserungsvorschlägen. Was kann man jetzt in der Werkstatt auch noch verbessern? Was kann dort an Belastungen möglichst reduziert werden? Oder wie können wir vielleicht mit den Belastungen auch anders mit umgehen? Also eigentlich eine Beteiligungsform, die Behindertenbeschäftigten dort auch aktiv in diese Umsetzung mit reinzubringen. Dann gibt es eine sogenannte Umsetzungsmatrix, wie Sie das aus der Gefährdungsbeurteilung auch mit kennen. Also welches Ziel wollen wir mit welcher Maßnahme dann auch verfolgen? Was können wir umsetzen? Was ist nicht umsetzbar? Was können wir in den Arbeitsbereichen tun? Wie können wir das auch mit weiterentwickeln? Und das wird dann nachverfolgt durch die Gruppenleitungen, gemeinsam auch durch die Beschäftigten dort, um zu sehen, also wirkt dann natürlich auch die Maßnahme. Das ist diese Idee der Arbeitssituationsanalyse in leichter Sprache, die mit dabei ist. Und da habe ich schon verschiedene Arbeitsbereiche auch mit genutzt. Also wir wollen die natürlich und können die dann in verschiedenen Abteilungen, in verschiedenen Arbeitsbereichen auch mit umsetzen. Hier mal ein paar Beispiele. Ja, also das kann man sich dort immer wieder auch mit angucken. So der erste Gedanke entstand eigentlich aus den Montagearbeitsplätzen oder auch verpacken, sortieren. Das sind die Werkstätten ja meistens immer dort auch mit Arbeitsbereichen dann auch mit vertreten. Man kann das aber genauso in der Küche, in der Kantine oder auch, wenn es vielleicht auch einen Catering gibt, auch mit umsetzen. Oder für die Haushandwerker in der Fahrzeugpflege oder auch im Bereich, also gerade wenn man jetzt an neue Arbeitsbereiche denkt, auch Medien und Kommunikation. Das funktioniert auch in Gartenbau und in der Landschaftspflege. Ja, das wären so die einzelnen Arbeitsbereiche. Das ist ja immer unterschiedlich, je nachdem, wie groß dann auch die Werkstatt auch mit ist, wie man das auch mit umsetzen kann. Ja, also so ist die Lage im Bereich der Arbeitsbereiche. Was ist in der Vorbereitung noch zu beachten? Also dieser Kern sind ja diese Workshops, das hatte ich schon beschrieben. Ja, und in der Vorbereitung können Sie eben drauf gucken, wenn Sie da Interesse haben. Wir wollen nachher ganz am Ende natürlich nochmal sehen, also ob das eine Möglichkeit ist, wo Sie sagen, ja, das würde für uns schon in Betracht kommen. Aber ich hatte vorhin beschrieben, also eine Gruppe, der Arbeitsschutzausschuss oder eben noch Gruppenleitung, Abteilungsleitung, Werkstattleitung verständigt sich. Wollen wir diese Methode dann auch mit einsetzen in den Arbeitsbereichen, vielleicht auch zu überlegen, in welchem Arbeitsbereich Start mal denn erst mal probieren, die dann auch mal mit aus. Und jetzt gibt es einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, so war das auch in Niedersachsen gewesen, wo wir in Braunschweig waren. Dort haben sich dann zwölf Einrichtungen zusammengeschlossen. Also das kann sowohl trägerbezogen sein, als auch trägerübergreifend. Also man kann auch trägerübergreifend auch dort in eine Schulung mit einsteigen, das dann vor Ort, also ich war mit dem Matthias ja in Braunschweig gewesen, da war man ja unterwegs dort und in zwei Tagen wird dann diese Schulung mit umgesetzt. Das wird simuliert, wie funktioniert diese Arbeitssituationsanalyse mit Übungsphasen. Die Materialien werden vorgestellt und als Zielgruppe dort haben wir dann die Abteilungsleitung, Gruppenleitung, der Soziale Dienst, die dann dort auch mit dabei waren. Also entweder, um sich darüber auch mit zu informieren oder dann auch drauf zu schauen, wie kann man das auch mit umsetzen. Da haben wir dort in der Schulung dann Mitarbeitende vom Sozialen Dienst, aber es waren auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit dort auch mit dabei und die Werkstatträte, die waren auch dabei und haben sich dort dann eben auch schulen lassen. Ja, wichtig ist, dass wir in diesem ganzen Prozess natürlich die Interessenvertretungen mit einbeziehen, wenn wir uns diesem Thema zuwenden, habe ich jetzt schon mehrfach auch mit beschrieben und dass wir vor der Schulung, wenn wir das auch mit umsetzen wollen, bei der BGW, die sind alle vorhanden, diese Materialien bestellen. Ja, also da sagen wir nachher am Beispiel dieser Plakate, hier sehen Sie diese Plakate dort auch schon, das ist dann für diese einzelnen Handlungsfeldern dann auch mit vorbereitet. Ja, und dann geht es darum, einen Raum und einen Termin festzulegen, die Beschäftigten zu informieren. Es gibt ein großes Plakat, also was man dann auch zugeschickt bekommt, da kann man nochmal den Termin auch mit draufschreiben, sind dann nochmal die Abläufe in leichter Sprache auch mit beschrieben und dann geht es darum, die Raumausstattung zu organisieren. Da haben wir ja meistens auch Schulungsräume, brauchen PIN-Wände, wir brauchen einen Flipchart und im zweiten Workshop dann für die Gestaltung der Umsetzungsmatrix, wenn die Maßnahmen dann vereinbart werden, dann vielleicht von der Technik auch nochmal BIMA, die wir mit dabei haben, Moderationsmaterialien, die wichtig und notwendig sind. Also das war erstmal der Überblick, wie das funktioniert und wir wollen jetzt mit Ihnen gemeinsam auch mit gucken, also so welche Fragen dort hier im Chat jetzt auch mit entstanden sind. Also ist das erstmal nachvollziehbar? Ist das verständlich, wie dieses Verfahren dieser moderierten Workshop auch mit funktioniert? Also welche Fragen gibt es aus Ihrer Sicht und dort wird man Sie bitten, nutzen Sie diesen Chat, also Fragen stellen mit, was wir vorhin gezeigt haben, mit diesen Botten, also setzen Sie da einfach Ihre Fragen mit rein oder auch Ihre Kommentare zur Methode, zur Vorbereitung, zum Ablauf, welche Dinge gibt es da? und die wollen wir dann hier gleich auch in der Runde nutzen und Matthias wird die mal sichten, wird gucken, also was gibt es da für Themen, sodass wir die mit Ihnen gemeinsam hier dann auch hier virtuell diskutieren oder auch Antworten dann darauf geben. Matthias, ist denn schon was da? Andreas, da ist eine ganze Menge eingegangen. Es gibt einige Fragen, die ganz allgemein darum gehen, ob wir die Folien rausgeben. Das können wir gerne am Ende nochmal klären, wie das funktionieren könnte. Es gibt auch schon Danksagungen, aber es gibt auch Fragen und eine Frage ist, wie groß müsste denn eine Einrichtung sein, dass man sagt, man kann diese Arbeitssituationsanalyse dort in der Werkstatt durchführen? Das ist die eine Frage und dann gibt es eine zweite Frage. Welche Beschäftigten können da eigentlich mitmachen dann? Ja, also mit den Materialien parken wir noch, aber ich denke, das wird kein Problem werden, also dass wir die natürlich auch zur Verfügung stellen, weil das wäre ja auch die Grundlage, das vielleicht dann auch im Betrieb auch mal vorzustellen und darüber zu diskutieren. Ja, und dann von der Größe, also von der, nehmen wir mal jetzt so eine typische Werkstatt. Ja, also es gibt ja da wirklich unterschiedliche Größen, aber ich nehme mal jetzt den kleinsten Bereich, wenn wir einen Arbeitsbereich mit 15 oder 20 Beschäftigten haben, schon würde das auch funktionieren. Selbst wenn man, also in der Regel hat man ja verschiedene Arbeitsbereiche, die auch dann mit dabei sind, aber dann gibt es vielleicht auch unterschiedliche Montagebereiche, die wir haben oder je nachdem, wie die Werkstatt dann auch mit aufgestellt ist. Aber das wäre an sich ganz gut handelbar. Ja, und von der Zielgruppe wäre es so, also die Frage wird mir schon oft gestellt, also wenn man dort drauf guckt, also die Behindertenbeschäftigten, die jetzt in dem Workshop auch mit kommen, wenn wir nachher auch nochmal so auf die Methode auch mit gucken, ja, also in dem Rahmen diese drei Stunden, die auch mit zu gestalten. Also da wäre es schon wichtig, also so, dass die natürlich auch ihre Themen ansprechen können, ja, ihre Themen auch mit ansprechen können und auch, ja, also auch hören. Also wenn man über diese einzelnen Bilder nachher auch spricht, das läuft ja viel auch visuell, also dass man dann auch in diese Möglichkeit der Bewertung dann auch mitkommt. Ja, also ich habe so ein typisches Beispiel. Ich hatte in einer Werkstatt dann auch eine Beschäftigte mit dabei, die hatte eben ihren Sprachcomputer auch mit, also da muss man sich ein bisschen mehr Zeit geben, aber die hat dann eben auch die Themen, die sie dort mit eingebracht hat, dann auch in einen Sprachcomputer mit eingegeben. Also das geht, also wir müssen uns schon austauschen können, das wäre wichtig, um das dann auch für die Arbeitsbereiche auch mit zu gestalten. Das waren eigentlich so die zwei wesentlichen Fragen. Es ist noch was reingekommen an Fragen, die da mit dabei sind. Ja, wie man an die Materialien kommt, gibt es noch eine Frage? Herr Wilhelm schaut auf den Laptop. Und eine Frage zu den Kosten, die auf die Werkstätten damit zukommen würden. Ja, das ist ja auch immer wichtig, Kosten, so in dem Raum, also Materialien, die, das hatte ich schon beschrieben, so kurz, die gucken wir uns nachher auch nochmal gleich an. Aber im Wesentlichen, wir geben Ihnen nachher nochmal eine E-Mail-Adresse auch mit durch, also wo es dort die Ansprechpartner auch mit gibt. Und die BGW ist derzeit dabei, natürlich auch nochmal zu prüfen, also so zum Selbstkostenpreis, so nenne ich das jetzt mal, Druck dieser Plakate, das dann auch mit zu erfassen, sodass man das für sich dann auch mit umsetzen kann. Also das kann man dann bei der BGW einfach auch erfragen in dem Rahmen. Und dann haben Sie vorhin gesehen, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel als Werkstatt mit mehreren, vielleicht über so eine regionale Arbeitsgruppe dann auch mit auf den Weg machen wollen und sagen, also das wäre interessant für uns, wir wollen das vielleicht mal in so einer Werkstattrunde von fünf oder zehn Werkstätten auch mit vorstellen. Das wäre schon sinnvoll, dass da nicht nur eine Werkstatt ist, wenn es dann um die Schulung geht. Ja, sonst könnten Sie natürlich die Themen auch schon selbst auch mit umsetzen. Ja, also so fünf bis acht, zehn Werkstätten, wenn die sich zusammentun, wäre das sinnvoll. Ja, in dem Rahmen. Und da ist es so, dann schickt die BGW, also Berater, eine Beraterin Ihnen dann dort auch in die Einrichtung. Sie sorgen dafür, dass die Räume dort auch natürlich zur Verfügung stehen, die Materialien, die Versorgung in dem Rahmen. Und dann gibt es von der BGW über Gesundheitsmanagement bgw-online.de zeigt man Ihnen nachher nochmal eben ein Angebot, wo dann die Schulung auch mitläuft. Das sind so zwei Schulungstage, die Sie dann dort vielleicht in so einem Kreis, so haben die das in Niedersachsen auch gemacht, also wo dann ein relativ geringer Obolus auch mit entstanden ist, um dann die Dozententätigkeit dann auch mit zu finanzieren. Ja, also gibt es im Wesentlichen dann ein Angebot von der BGW, um das auch mit umzusetzen und die Materialien dort zum Selbstkostenpreis mit zu erwerben. Ja, also das sind große Plakate. Hier sehen Sie ja schon auch mit eins, aber da gibt es so einen Selbstkostenpreis, den können Sie dann dort auch mit erfragen. Das waren Materialien, ja, die Frage und wie das so gestaltet werden könnten von der Weiterbildung. Das war es erstmal hier. Das war es erstmal so an Fragen, die da auch mit reingekommen sind. Gut, dann gucken wir doch jetzt nochmal mit drauf. Materialien. Materialien, weil wir wollen dann auch den Schritt mit Ihnen gemeinsam gehen, dass man, wenn die Materialien, wenn wir die uns jetzt angeguckt haben, das dann mal zu simulieren, dass Sie mal sehen, also wie läuft das tatsächlich in der Praxis ab und hier jetzt mit der Herausforderung, dass wir das dann eben virtuell mit Ihnen hier umsetzen wollen. Ja, was wir da mit dabei haben. Hier mal so ein Auszug, also die mit dem Gedanken, Sie dort nochmal ins Boot zu holen. Also was gibt es, was ist dort mit dabei? Und Sie sehen hier auf der linken Seite von den Materialien nochmal dieses große Plakat, also dieses große Plakat, was dann auch mit dabei ist und was Sie dann zugeschickt bekommen. Dort steht auf dem Plakat nochmal mit drauf, worum geht es bei der Arbeitssituationsanalyse in leichter Sprache schon, so dass man das dann im Werkstattbereich auch aushängen kann. Wann findet das denn statt? Ja, also das ist wirklich ein ganz großes Plakat, so groß wie die Pinnwand, die wir hier auch mit haben. Wer wird beteiligt? In welchem Arbeitsbereich starten wir? Und es ist nochmal so beschrieben, welche Themenfelder, also diese fünf Themenfelder, die ich ja schon vorgestellt hatte, sind dann nochmal in Auszügen mit diesen Bildern auch abgebildet. Und das sind so ungefähr 27 Themen, die bearbeitet werden. Und es wird eben viel dann mit Bildern gearbeitet. Ja, Visualisierung, so dass das nicht nur über die Sprache auch mitgenutzt wird, dass man das dann auch mit dabei hat. Ja, es gibt so ein Informationsblatt, das sehen Sie in der Mitte. Das können wir auch im Nachgang von dem Workshop hier auch dann nochmal mit zuschicken in dem Rahmen, was wir dort mit dabei haben. Und Sie sehen dann oben rechts, ja, so aufgefächert, nochmal diese einzelnen Themenfelder, also Arbeitsumgebung, die Themen, die dort abgebildet sind, immer mit diesen Bildern, mit dieser Visualisierung. Dann Arbeitsorganisation, Zusammenarbeit im Team und Zusammenarbeit mit Führungskräften. Ja, also es sind insgesamt sechs große Plakate, weil bei der Arbeitsumgebung gibt es zwei Plakate in dem Rahmen. Und dann bekommen Sie pro Anzahl der Beschäftigten, die dann in dem Workshop mitmachen, ein sogenanntes Kartenset. Also da ist ein Kartenset mit dabei. Das eine Kartenset, was dann auch im Workshop genutzt wird, ist, halt bitte leichte Sprache. Also wenn der Moderator, die Moderatorin dort dann, ja, also sich nicht verständlich dort auch mit ausdrückt, dort, wenn der vielleicht auch zu schnell spricht, so in dem Rahmen, was wir da mit dabei haben, dann können die Beschäftigten, diese Karte liegt dann auf dem Tisch, die ist dann ausgebreitet, gibt es mehrere Exemplare, dann kann dann eben diese Karte hochgehalten werden, sodass man erst mal klärt, an welcher Stelle sind wir, wie gehen wir jetzt mit den Themen dann auch mit um. Drei Emoji-Karten. Und damit wir in eine Bewertung dieser Belastungen dann auch mitkommen, ja, dann gibt es dort in dem Rahmen nochmal diese drei Bewertungskarten. Grün, ja, das bekommt auch jeder Einzelne, der im Workshop mit dabei ist, jeder hat das dann auf seinem Tisch liegen. Das ist dann für die Abstimmung wichtig, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel über das Thema der Arbeitsumgebung, Platz, an meinem Arbeitsplatz zum Beispiel auch spricht, ist das für mich in Ordnung, ja, oder, ja, nicht in jeder Situation als Beispiel, oder, das ärgert mich eben, dass man das auch mitnutzt. Ja, das ist dann für die Abstimmung, die einzelnen Bilder, die Sie dort auch mit sehen auf den Plakanten, werden einzeln durchgegangen und dann wird eben nach der Abstimmung gefragt, wie ist das für jeden Einzelnen und das wird dann ausgezählt, so als, das können wir uns so vorstellen, wie bei so einer Befragung vielleicht auch, die eine Rolle spielt. Es sind insgesamt 27 Themenfelder, die es derzeit gibt. Also die BGW ist dabei, für andere Arbeitsbereiche auch noch zu prüfen, also was können wir da vielleicht auch noch zusätzlich mit reinnehmen, aber Sie können natürlich auch noch eigene Themen dann auch mit anpassen, aber es sind 27 einzelne Themenfelder, die mit einzelnen Bildern hinterlegt sind. Also Sie sehen wieder diese Hauptthemenfelder und hinter jedem Themenfeld, ja, also was dann der Blick ist, kann man da hier nochmal gucken, dass man das mit dabei hat. Für den eigentlichen Workshop ist es so, dass wir eben diese zwei Workshops geteilt haben vom Ablauf. Der erste Workshop, dort geht es darum, erstmal in die Themen mit reinzukommen, sich darauf vorzubereiten. Sie sehen das auf der linken Seite, aber der Kern des Workshops, der Hauptteil sind eben die Bearbeitung der fünf Hauptthemen, wo die einzelnen Themenfelder dann auch mit abgefragt werden. Und im zweiten Workshop geht es dann eher darum, gemeinsam diese Maßnahmen mitzuentwickeln und auch Verbesserungsvorschläge zu prüfen. Ja, das wären nun mal so die zwei Teile. Die sollten auch nicht zu lang auseinander sein, also drei Wochen, ja, oder zwei Wochen, dass man dann den nächsten Termin gleich macht. Protokoll muss ja noch geschrieben werden, dass man das auch mit erfasst. Hier nochmal das Beispiel, wie das dann in der Praxis auch mit läuft. Ja, also hatte ich schon gesagt, im zweiten Workshop sind dann eben auch die Fachkräfte, Sozialdienste, der Werkstattrat mit dabei und auch die Frauenbeauftragte zum Beispiel dort auch in dem Rahmen. Und wir haben entsprechend dieser Plakate, nehmen wir hier mal das Beispiel, Arbeitsumgebung, Raum, Temperatur, Klima. Wie ist das für mich? Ja, also erst wird bewertet, das ist mit diesem Grün, Gelb und Rot gemeint. Ja, das wird dann ausgezählt durch den Moderator anhand dieser Karten. Also wie viele Teilnehmende in der Runde haben Grün gesagt, das ist für mich in Ordnung. Wie viele haben Gelb gesagt und wie viele haben Rot gesagt? Und im zweiten Schritt wird das dann präzisiert. Also wird dann drauf geguckt, was ist genau gemeint. Dort werden die Themen durch den Moderator dann auf die Pinnwand auch mit notiert. Ja, dass man das hier mit notiert, sowohl die positiven Aspekte, die grünen Aspekte, als auch das, was vielleicht schwierig ist, was wir dort mit dabei haben. Hier nochmal die Bewertung. Diese Bewertung wird im ersten Workshop mit eingeführt anhand dieser Karten. Ja, und es wird da auch eine Proberunde, so Probeabstimmung gemacht, dass man sich sicher auch ist, also wie jetzt die einzelnen Karten dann auch mit genutzt werden. Das ist die Bewertung für Rot, Gelb und Grün. Ja, also Rot war gemeint, bin ich unzufrieden, da ärgere ich mich drüber, das finde ich nicht so gut, das ist schlecht. Ja, in dem Rahmen. Gelbe Karte, damit ist gemeint, geht so, ist nicht optimal, aber auch nicht so richtig schlecht. Ja, im Sinne von auch Einschätzung durch leichte Sprache. Und Grün, damit wäre gemeint, ist gut, bin zufrieden, freue mich, dass es so ist. Ja, und das wären die Bewertungen, was dann im ersten Workshop dann auch mit genutzt wird und auch mit umgesetzt wird. Ja, hier nochmal so ein Beispiel, dass Sie hier das nochmal vielleicht an drei, an verschiedenen Themenfeldern auch mit sehen aus dem Themenfeld der Arbeitsumgebung. Ja, also das ist jetzt hier mal auf PowerPoint mal dargestellt, aber wir haben auch den Gedanken der Beförderung auch mit dabei, den Gedanken der Sauberkeit, das ist ja immer wieder ein Thema Sauberkeit, zum Beispiel im WC als Beispiel, also so, dass man eben zuerst immer das einzelne Themenfeld anhand dann dieser Bilder zeigt, dann kommt die Bewertung, ja, dann kommt die Dokumentation der Bewertung und danach fragt man nochmal nach, bitte Kommentare, was ist genau gemeint und das schreibt der Moderator dann, die Moderatorin, der Moderator schreibt das dann auch mit auf. Und wenn es eben kein Bild gibt, das kann man im Vorfeld ja auch besprechen, das wäre jetzt das Beispiel der Sauberkeit, dann hat man das Themenfeld vielleicht nicht mit einem Bild besetzt oder man wird das selbst kreativ und visualisiert das dann vielleicht auch. Ja, das wäre gemeint und jetzt sind wir gespannt, also sowohl mit dem Blick, also dieser Materialien, der Plakate, der Themenkarten, die mit dabei sind, weil wir wollen danach, wenn Sie jetzt so noch Fragen haben, wenn Sie Kommentare auch dazu geben. Also wieder mit dem Blick ist das verständlich, so wie wir das hier auch hier erläutern, in dem Rahmen, ja, also da freuen wir uns über Rückmeldungen und auf der anderen Seite gibt es dazu Fragen. Also ich hatte beschrieben, Materialien, Plakat zum Aushängen, Themenkarten, die Smiley-Karten, die Stopp-Karte, also dieses Set, das liegt dann eben auch in der Werkstatt. Und wenn die Plakate beschrieben sind, dann gibt es von der Bestellung ein neues Set, weil wir können die nur einmal verwenden, dort in dem Rahmen und dann sind sie beschrieben. Man kann sich natürlich noch überlegen, dass man das dann vielleicht auch mit Transparent, mit Papier oder durchsichtiger Folie dann auch mit beklebt, dass man es wiederverwenden kann. Das kann man sich dann überlegen. Ja, und es gibt dann aber auch eine Vorlage, auch für die Ergebnisauswertung, Poster oder auch, wie man das dann weiter bearbeiten kann, in der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, gibt es Vorlagen auch für die, ja, für eine Excel-Datei, wo man das dann mit erfassen kann, dass man das auch gut in der Wirksamkeit auch mit nachverfolgen kann. Sind denn Fragen reingekommen? Dort, Matthias, die jetzt so zu dem eigentlichen Workshop-Ablauf und nochmal zu den Dingen auch mitstehen, die wir da jetzt auch mit erläutert haben. Andreas, zu den Abläufen, zu den Materialien ist keine Frage jetzt reingekommen. Das scheint so zu sein, dass das alles geklärt wurde von deiner Seite. Dann gehen wir jetzt in eine kurze, vorgezogene Pause, machen jetzt eine fünfminütige Pause und danach gehen wir in die Simulation und dann auch an die Wand in der Umsetzung. Wie wird das dann praktisch gemacht? Dann sehen wir uns in fünf Minuten, um 11.55 Uhr. 11.55 Uhr wieder hier und dann gehen wir in die eigentliche Simulation. Ja, bis gleich und dann freuen wir uns, wenn wir uns gleich wiedersehen. Entsp cited. an 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 com